Auf unserem Ausflug mit dem Bentley Mulsanne haben wir jetzt einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und zwar bei einem Fan von Autoemotion TV der ersten Stunde, Baron Manfred von Richthofen. Hallo Manfred. Ja, guten Tag. Ich freue mich hier in diesem Mulsanne zu sitzen. Es ist ein wunderschönes Auto. Das ist also ein Auto der Spitzenklasse. Das ist ein Gefühl, als würde man in einem Luxusschiff fahren. Du fährst doch selbst Bentley. Du hattest vorher einen Bentley GTC W12 und jetzt hast du einen V8. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zu deinen Eindrücken erzählen? Ja, der V8 ist wendiger, spritziger, schneller, verbraucht nicht so viel Benzin, hat eine bessere Straßenlage und von der Form sieht er auch ein bisschen anders aus. Und auch die Innendekoration von dem Auto ist jetzt schöner gemacht wie die von dem älteren Modell. Sag mir doch mal, was gefällt dir ein Bentley so ganz besonders? Was ist denn da so einzigartiges, was dir da sofort auffällt beim Fahren oder von außen? Was gibt es da zu berichten? Der Bentley hat eine wunderschöne, exklusive Form. Jeder, der dieses Auto sieht, verliebt sich sofort in das Auto. Es steht hier vor dem Palace Hotel in Berlin und das Hotel wird nicht fotografiert, das Auto. Und das geht am Tag mindestens 40, 50 Mal. Sag mir doch mal, wie ist es denn, was fehlt uns denn hier hinten noch zu unserem Gluck? Wir sitzen super bequem, die Sonne scheint, was fehlt uns sonst hier hinten noch im Gluck? Na, wir brauchen noch den richtigen Butler und einen Topmodel, die uns die Tür aufhalten. Gehen wir die jetzt mal suchen? Die gehen wir jetzt mal suchen. !